Möller, ich muss meine Schülerin besuchen, die macht ihr Praktikum. Herr Thay! Na, ist das dein Sozialarbeiter? Ich will auch so einen Kaffee. Ist für die Kunden. Egal, ich nehme ihn eh ohne Kaugummi. Der coolste Lehrer der Welt ist zurück. Du hast mir nicht gesagt, dass Lehrer sein so anstrengend ist. Ja. Und mit ihm seine Lieblinge. Jetzt geht's auf Klassenfahrt. Frau Schnabe, ich steck, fährt mit Herrn Möller nach Thailand. Banan. Fährt doch schon ins Schülergymnasium hin. Auke Wölki. Bist du aufgekratzt, oder was? Ich bin einfach gut drauf. Geiler Job, geile Schüler. Läuft. Vielleicht können wir in die Partnerschule abjagen. Das ist der Spirit. Schnauze jetzt! Oder wir fahren nach Föhr. Spanien? Auch geil. Das ist heute alle geschluckt. Das ist eine Nutte. Wie ist das? Die Nutte von Deutsch. Ich bin in Toto. Ey, Chantal. Ich wette, du kannst gar nicht, wenn du aus deiner Muschie rausfliegen lassen. 10 Euro. Wieso hat die einen Tischtennis bei einer Mumu? Wie soll ich das wissen? Die haben gespielt. Sag mal, hast du jetzt ernsthaft Mumu gesagt? Hey, I'll just make you. Hey, Burank, wir sind bei dir zu Hause. Oh mein Gott, was für andere sind sich alles doof. Sawanikap. Herzlich willkommen im Bann-Namen. Gruppe Wölfe, Zweier rein. Oh, kriegen wir auch einen Gruppen-Namen? Gruppe Arschlöcher, Zelte aufbohren. Ah, nein, das. Was war das? Hab Chilling deine Kondome getan. Musst du deiner Schwester versprechen, dass ich nicht heimlich rumbumst. Ich weiß, dass du das richtig toll hinkriegen wirst. Jeder Tag ist pädagogisch durchstrukturiert. Was ist, wenn einer stirbt? Belgia, tu das Ball weg. Er hat sich einem Rassen ausgelegt. In welche Richtung ist er gefahren? Der Plus-Paste und eine Richtung. Ja, in Deutschland vielleicht. Ich höre, du bist so Arzt. Ja, oder? Okay, Herr Müller hat Scheiße gebaut. Sie wollten abhauen, oder? Sie haben gesagt, sie bleiben so lange unser Lehrer, bis wir das Abi haben. Ich bin kein Lehrer. Müsst mich hier nicht ein. Ich kann's nicht. Mich wird's auch nie können. Aber Sie sind der beste Lehrer der Welt. Was ist alles? Ich würde es dir ein Mensch in Ihrem Leben sein können, den du niemals hattest. Magst du nicht, wenn man dich anfasst, ne? Ich hab Asperger, 11 Prozent. Ich hab Vodka, 40 Prozent. Aga! Fuck you, Goethe. Fuck you, Goethe. Wir haben den Roman gelesen. Mit der Faust. Aber der war verrückt, dieser Reklam. Schwache Martin. Ab 10. September im Kino. Das ist natürlich nicht wirklich so. In Wirklichkeit heiße ich Schmule Rosenzweig. Na, dit ist doch super. Schmule ist doch duftig. Schmule schreibe ich dit mit H? Das war ein Scherz. Adolf.Hitler ist weg. Was weg? Jemand hat meinen Namen da. Hm. Und wenn sie einfach einen anderen Namen...